Wieso denn Himmel sind wir so, so spät in der Nacht? Bitte tausendmal Mutter, zwei jung! Ich bin ganz aufgeregt durch all das, was mir in dieser Nacht passiert ist. Sagen Sie uns nicht, die ich ja noch nicht wecken! Ich will jetzt Ihnen alles sagen, das Mädchen hier im Hause. Ist sie heimgekommen, geben Sie mir Auskunft! Wofür reden Sie? Ich verstehe Sie nicht! Ist von der Junge traut, wie sie heimgekommen, wie sie heimgekommen ist. Fliegen zu, was denken Sie ehemisch, um in der Mitte zu sein? Ich glaube Sie nicht! Ich muss die Luft, es geht in ihrem Haus! Die ist hoch! Ich bin alleine, seit ich ehemisch mal schaue, wie sie immer schon auf euch! Außerdem habe ich es satt! Lassen Sie mich hinein! Werden Sie glauben wohl, ich lasse Sie mitten in der Nacht in meine Wohnung hinein? Packen Sie sich oder ich lasse meine Hunde los!